So Leute, Spielen mit Nummer 1, Natura Freier, mit Nummer 12, Nikolai Neumann, die Nummer 3, Alexander Winx, die Nummer 4, Michael Trottmann, Kapitel mit Nummer 5, Thomas Gick, die Nummer 6, Dennis Recher, mit der Nummer 7, unser Jakob Ströck, die Nummer 8, Roma Reicher, mit der Nummer 9, Marek Janicek, die Nummer 10, Andreas Young, unsere Nummer 11, Sean Reiner, die Nummer 12, Andreas Wiedeke, und die Nummer 13, Toni Hintz, Trainer der Mannschaft, Thomas Eichert. Herzlich willkommen bei den unparteilischen Schiedsrichter Reifenspiegel aus Stuttgart und Giuseppe Paterio aus Bidighamen. Willkommen heißen. Musik So meine Damen und Herren, ich habe das erste Spiel gewonnen, weil wir als erstes sind bald gefühlt. Gut gehalten von dem Torwart von München, Viktor Siparas. Nummer 9, William Böhle. Nummer 9, William Böhle. Halt, Halt, Halt! Fünf Meter Strafruhe verursacht durch Münchens Nummer 6, Ivan Mikic. Ein wunderschönes Feuerwerk von Bayerns Nummer 5, Spielstof 1, 2, 1. Nachdenken. Nachdenken! Not, Omar, nicht! Hörer Lügen! Oigo Stacky! Oigo Stacky! Oigo Stacky! Oigo Stacky! Vielen Dank. Auf geht's München, auf geht's! Auf geht's München, auf geht's! Auf geht's München, auf geht's! Freize! 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 Auf geht's München, auf geht's! Auf geht's München, auf geht's! Auf geht München, auf geht! Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020